Ja, willkommen zum Vortrag Arbeitsreisetage, du, von der Eigenentwicklung zu WooFind. Ich berichte von unserer Reise, von unserem eigenen Frontends zu WooFind. Eine Reise ist ja immer etwas, was man plant, aber es hält eben auch viele Überraschungen bereit, die man nicht planen lassen kann. Aber das macht ja eben gerade den Reiz einer Reise aus und man versucht es ja auch so gut wie möglich, diese Überraschungen Zeit zu geben und einzuplanen. Aber bevor es mit dieser Reise losgeht, schauen wir uns auch mal die Startbedingungen für diese Reise an. Und zunächst mal ein paar Worte zu Albert. Albert ist das Discovery-System von KWV, also dem Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg, welche alle Universitätsbibliotheken, alle öffentlichen Bibliotheken und viele Spezialbibliotheken in Berlin und Brandenburg vereint. Albert ist nun schon seit etwa zehn Jahren ZIP, also am Zusein-Institut, entwickelt und basiert auf dem Konzept, einem Konzept der Bibliothek des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam, welcher auch der erste Pilotentwicklungspartner von Albert ist. Albert ist eine schlanke Lösung für alle Bibliotheken, die ihren Nutzern eine schnelle und effektive Suche in ihren Sammlungen ermöglichen wollen, und zwar nicht nur in ihren lokalen Beständen. Mit Albert kann man eben auch heterogene und fachbezogene Daten unterschiedlicher Datenquellen durchsuchen und eben auch auf einer gemeinsamen Suchoberfläche zusammenfassen. Dabei geht es eben um die Integration unterschiedlicher Inhalte aus OPACs, fachlichen, institutionellen Repositorien, E-Books und Artikeln, zum Beispiel Nationallizenzen, Zeitschriften und Forschungsdaten. Albert realisiert somit eine individuelle Suchindizes, die an die Anforderungen der jeweiligen Nutzer und Institutionen angepasst sind. Genau, jetzt schauen wir uns das nochmal irgendwie etwas technischer, einen technischen Überblick an. Also Albert hat ein modularisiertes Backend, das für das Datenverwaltung an Java basiert und eine Solar Cloud als Suchindex, sowie ein bis dato proprietäres Frontend, das entwickelt wurde, auf Java basierend und Tomcat laufend. Wir haben aktuell 13 Projektpartner und zum Projektstart waren wir eben vier Entwickler und jetzt sind wir fünf und eine Projektmanagerin. Das sieht man unten, wir haben ein Backend, wo die Daten reinfließen, in die Solar Cloud indiziert werden und letztlich von dem Java Frontend verwendet werden. Wir haben auch eine Besonderheit, wir haben eine Solar Proxy Komponente entwickelt, welche uns ermöglicht, eben auch an die Indizes, sowie den gemeinsamen Verbündeindex, den GVI einzubinden, um eben auch Fernleihe zu ermöglichen. Ja, Albert unterscheidet zwischen zwei Arten von Frontends. Zum einen sind das themenbasierte Frontends, wie zum Beispiel das KBV-Portal, welches regionale Daten aus Berlin und Brandenburg verfügbar macht, den Nutzern. Wir haben dafür eine eigene Backend-Deduplikation entwickelt, die eben auch Records mergt und nicht das Solar Grouping verwendet. und eben allerdings sozusagen können wir eben mit diesen themenbasierten Suchportalen eben eigentlich nur Mark 21 Daten verarbeiten, was irgendwie der Unterschied ist zu institutionellen Frontends. Hier können wir auch andere unterschiedliche Formate verarbeiten aktuell und eben da ist der Ansatz eben, dass man verschiedene Datenquellen, die für eine Institution relevant sind, zur Anzeige bringt. Ja, was sind die Features, also die Features vom Albert Frontend? Zum einen geht es darum, dass wir verschiedene Suchindizes und Reiter haben, mit denen wir eben zum einen die institutionalen Datenquellen oder Portal-Datenquellen eben an zur Anzeige bringen. Dann haben wir die Möglichkeit, einen Artikelindex auf den Daten von Crossref einzubinden, sowie eben die gesagten Daten des gemeinsamen Verbündeindex. Wir haben auch ein eigenes Design-Dato, das barrierearme Komponenten enthält, zum hohen Kontrast. Hier war ja auch irgendwie das angegangen, dass es so einen Dunkelmodus, so einen Black-Mode gibt und das ist sozusagen so ein bisschen das, wo das hinausläuft und eben auch die Anzeige von verschiedenen, die Ermöglichung von verschiedenen Schriftgrößen. Außerdem haben wir die Möglichkeit, eben Chirarchien abzubilden, sodass man eben den oberen, den Rekord hat, den obergeordnet direkt und darunter eben alle Kinder. Und wir haben die Möglichkeit, Integration von Klassifikationen, zum Beispiel der Regensburger Verbundsklassifikation einzubinden, sodass dort auch eben der ganze Baum dargestellt wird und eben auch eine Verfügbarkeit, eine spezielle, die sozusagen entweder Echtzeitverfügbarkeit über einen Skript, der das auf der Kleinseite läuft, auf der Bibliotheksseite, oder, also das betrifft ja das bei allen SISOS-Bibliotheken, oder eben auch die Verfügbarkeit über die Daten selbst oder eben auch noch eine Verfügbarkeit, das ist gerade für die Portale wichtig, über eine Verfügbarkeitsdatenbank, die eben praktisch alle Daten, Verfügbarkeitsdaten erhält und regelmäßig geupdatet wird. Genau, das, was uns aber allerdings auf diese Reise bewegt, zur Wufend, ist, dass wir nun ja bisher, werden die Nutzer eben von Albert Frontend über spezielle Links zum O-Park, was wir halt auch schon hatten, zur Bibliothek geleitet und im O-Park können sie dann eben die Verwaltungsprozesse und den Login ausführen, um eben Sachen zu bestellen. Dadurch entsteht jedoch aber ein Bruch für die Nutzer, die ja im Prinzip eine abgeschlossene Suche in unserem Suchportal eben abgeschlossen haben und jetzt allerdings auch mal auf zweites Portal weiterleitet werden, um die Sucher das Medium zu bestellen. Und genau an dieser Stelle eben setzt die Entwicklung einer Kontofunktionalität für Albert ein. Und dieses Projekt haben wir Albertico genannt und wird praktisch ermöglicht, den brandenburgischen, also mit diesem Projekt mit den brandenburgischen Universitäts- und Hochschulbibliotheken, um eine attraktive Recherche und Präsentationsumgebung zur Verfügung zu stellen. Wie es ermöglicht, eben den traditionellen O-Park auch abzulösen. Hier ist im Hintergrund eben, dass die Touchpoints der Franzisers eben auslaufende Unterstützung haben und aus dem Grunde eben abgelöst werden sollen. Genau. Ja, wie setzen wir das um? Also die hatten die Möglichkeit, das in unser eigenes Frontend hinzuzufügen, die Kontofunktionalität. Was spricht dafür? Na, es würde uns ermöglichen, eben alles in der Hand zu haben, das selbst sozusagen zu entwickeln und unsere Bedürfnisse zuzuschneiden. Und wir könnten eben auch unsere bisher java-basierte Komponenten eben auch wieder Frontend-seitig weiterführen. Was es allerdings schwierig macht, ist halt, dass es schwierig ist, das bestehende Frontend zu integrieren, aufgrund der Struktur des Frontends. Und eben auch, dass das Frontend schon in Jahre gekommen ist und eben dadurch eben eigentlich eine relativ Neuentwicklung notwendig wäre. Und langfristig würde uns das allerdings auch hohe Wartungskosten bedeuten. Aus dem Grunde haben wir uns andere Frontends angeschaut. Hier eine Übersicht. Ich werde nicht direkt auf alles eingehen. Die haben wir im Juli 2019 gemacht. Das ist schon eine Weile her. Ja, genau. Ja, wichtig für uns ist halt einfach die Solar-Anbindung, weil wir weiterhin mit unserer eigenen Solar-Cloud entwickeln wollen, arbeiten wollen und eben auch eine Bibliothekssystem-Anbindung und ja, Templates, Responsive Design, was wir jetzt bis jetzt auch schon haben und die Sprachen. Genau. Warum ist es WooFind geworden? Naja, zum einen gut die Programmiersprache. PHP ist weitläufig verbreitet. Hier findet man viele Entwickler und externe Unterstützung. Das hat eine Bibliothekssystem-Anbindung. Das ist für uns wichtig für das Projekt Avertico, weil wir die SISIS-Anbindung brauchen. Und es hat eine große und aktive Community. Das ist sozusagen auch wichtig, um das Projekt weiter fortzuführen. Dann auch eine Template Engine, was uns sozusagen auch ermöglicht, verschiedene Designs für unsere unterschiedlichen Institutionen zu leicht und flexibel zu designen. Und eben auch der Hinweis, dass es eben auf die Datenschutz-Grundverordnung auch eingehalten wird. Ja, eine Übersicht über die Modifikationen, die für das Projekt Avertico von unserer Seite notwendig sind, ist zum einen die Kontofunktionalität für SISIS. Dann eben auch die Verbindung zu unserer eigenen Solar-Clown und unserem eigenen spezifischen Schema. Und unser eigenes Design, das wird sozusagen auch schon lange erprobt ist und auch verifiziert ist, dass es gut ist, was für unsere Verhältnisse, das würden wir gerne übernehmen. Und die Integration eben der verschiedenen Suchindizes als Reiter und eben auch eine Verfügbarkeit für SISIS. Genau für die Modifikation der, also für die Kontofunktionalität für SISIS haben wir sozusagen, die SISIS-Systeme werden vom Bayerischen, vom Bibliotheksverband Bayern eben gehostet. Und dieser hat uns eben eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt über Enzip, was ja auch in Wufand integriert ist. Und das mussten wir allerdings etwas anpassen, um weitere Felder hinzuzufügen für die Kontoansicht. Das waren Anforderungen oder eben auch Zweigbibliotheken und den Abholstandort anzuzeigen für den Nutzer und auswählbar zu machen, sowie auch eben Anpassungen für die Vorbemerkung und für die Bestellung und eben auch für gesperrte Konten. Hier haben wir allerdings eine Datenbankerweiterung machen müssen, die jetzt im Core ist, da müssen wir noch schauen, wie wir das zukünftig handeln. Ja, die Modifikation für die Solar Cloud, hier haben wir eben nicht eine direkte Verbindung zum Solar Cloud gemacht, weil man unter Wufand eben nur einen spezifischen Solar Knoten angeben kann und dort dann eben, wenn dieser Knoten ausfällt, dann eben kein Backup hat, was die Solar Cloud eigentlich hergibt über den SoKeeper. Somit haben wir uns überlegt, unser Solar Proxy zu nehmen. Der hat eine Solar Cloud-Schnittstelle, arbeitet ja mit dem SoKeeper und kann uns sozusagen erst mit einer Lastverteilung machen und zum allem auch ein bisschen mehr Renudanz, falls mal ein Knoten ausfällt und ermöglicht uns auch eben Anfragen und Antworten eben nochmal zu manipulieren. Ja, in Wufand haben wir dafür eben einen Rekord-Treiber entwickeln, entwickelt, der sozusagen für unsere eigene Solar Cloud, mit dem eigenen Solar Cloud-Schema klarkommt und eben auch ein Rekord-Treiber für den gemeinsamen Verbündeindex. Und wir mussten, was wir im alten Frontend auch haben, haben wir einige Felder im Processing drauf gemacht. Das haben wir auch im Wufand noch zum Teil nachgepflegt, eben ja zum Beispiel Links, die konkateniert, also Link-Text mit der URL zusammen sind, die wir zusammen auseinanderklamüsern im Frontend und eben auch die Möglichkeit, die Unterstützung von Hierarchien von Records. Ja, wie ich schon Wufand mit 2022 berichtet habe, haben wir unser eigenes Webdesign, das sozusagen auf einer CSS basiert, das vereinfacht wurde und auf Bootstrap-3-Basis ist. Wir haben unseren Main-Theme, wo wir uns für unsere Instanz spezifische Themes ableiten und wir haben eben einen hohen Kontrast-Modus für mit Einschränkungen und ein responsive Webdesign. Genau so sieht das aus. Links sehen Sie das alte Frontend von der BTU Cottbus und rechts wäre die Umsetzung im Wufand, oben auch mit den Heimatbibliotheks-Auswahlmöglichkeit und dem Login. Genau, dann wie sieht es aus mit der Verfügbarkeit für SISIS? Ja, die hätten wir auch über NSFIP realisieren können, aber links hatten wir uns da überlegt, dass es vielleicht performant, nicht so ganz performant ist und wir hatten auch Wünsche, das nochmal von den Institutionen flexibler zu gestalten. Also haben wir sozusagen dort unser Vorhandenes, also mit einem Projektpartner hatten wir ein vorhandenes Perl-Skript, das haben wir weiterentwickelt für die anderen SISIS-Projektpartner und das wird eben beim Bibliotheksverbund Bayern gehostet und ermöglicht uns eine direkte Anfrage der SISIS-Datenbank, sodass wir auch dort performant Abfragen an der Verfügbarkeit haben und eben auch die Institutionen zum Teil flexiblere Logiken einbauen können und ihren Status abhängig von ihren Bedürfnissen sozusagen anzuzeigen und eben auch die Farbe und eben die Location. Das Ganze haben wir in WooFind als Ajax-Request sozusagen auch hinzugefügt und genau. Ja, was haben wir, eine Besonderheit sozusagen, was wir uns auch aufgebürgt haben, ist halt eine Infrastruktur, eine andere Infrastruktur zu wählen von WooFind. Wir haben sozusagen auf Quantenisierung und Kubernetes gesetzt, um einfach flexibler bei der Entwicklung zu sein und beim Deployment. Wir haben ja auch mehrere Instanzen, um uns das zu vereinfachen. So war der Gedanke, gehen wir auf die Kubernetes-Infrastruktur, die auch wir im Zusehinstitut im Haus haben, uns bereitgestellt wird und wir haben dafür natürlich auch eine CI-CD-Pipeline aufbauen müssen und wir nutzen GitLab dafür und können dann eben in Kubernetes von dort aus deployen. Ja, aber was kommt, was für Probleme hatten wir mit dieser Infrastruktur? Naja, es geht, und zum einen mussten wir uns darum kümmern, dass wir eine CI-CD-Pipeline aufstellen. Dann musste ein GitLab-Runner erstellt werden, der mit Kubernetes sprechen kann. Es mussten verschiedene Umgebungsvariablen angelegt werden, Passwörter und Tokens mussten besonders behandelt werden. Wir haben auch noch externe Ressourcen, die eingebunden werden, Inhaltsverzeichnisse als PDFs. Wir mussten sehen, wie wir die in Kubernetes einbringen. Wir mussten uns um Logging und Monitoring kümmern in Kubernetes. Da geht es eher um Log-Aggregation, wenn man mehrere Instanzen, für eine Instanz mehrere Container laufen haben lassen möchte und dann Monitoring mit Prometheus und die Anzeige in Grafana. Ja, genau. Wie sieht unser Frontend jetzt aus? Wir haben mehrere Solar Proxy redundant am Laufen in Kubernetes und mehrere Woofine Frontends pro Instanz und die Solar Cloud der gemeinsamen Verbündung wird weiterhin über den Solar Proxy abgewickelt, aber die Daten eben, sollen die sonstigen Daten dann über den Solar Proxy laufen. Genau. Wie sieht die Zeitschiene aus? Wir haben angefangen im Quartal 21 mit der Anforderungsanalyse für Albertico, haben angefangen eine Schulung zu machen zusammen mit EWW und im zweiten Quartal haben wir dann die Migration gestartet mit Woofine 7.1 und der Technischen Hochschule Wildau und einen externen Partner, also mit dem EWW und im dritten Quartal haben wir dann angefangen, die Kontofunktionalität, uns auf die Kontofunktionalität zu konzentrieren für Woofine und die gestartet die Migration von der BTU Cottbus, der Fachhochschule Potsdam und der Europa-Universität Viadrina und im vierten Quartal haben wir angefangen, also als Team sozusagen lokal bei uns eine Entwicklungsumgebung aufzubauen, die auf CICD setzt und mit Docker umgesetzt ist. Das war eher so eine prototypische Entwicklungsumgebung. Im zweiten Quartal 2022 haben wir dann eine Kubernetes-Schulung gehabt intern, weil wir das selbst umsetzen müssen und keine weitere Hilfe hatten. Dann hatten wir einen Projektabschluss mit EWW und haben die sozusagen die Entwicklung übernommen und weitere Entwicklungen der Instanzen vorgenommen, bis sie eben ihre Features und Wünsche drin hatten. Ja, dann kommt ein großer Gap. Dann haben wir im Quartal 2 von 2023 haben wir dann sozusagen aber erst die Migration des Kubernetes angefangen in unserem Kubernetes-Cluster mit externer Unterstützung und sozusagen eine produktive Umgebung geschaffen, um sozusagen unsere Instanzen auch releasen zu können. Und dann erst im Quartal 4 von 2023 haben wir das erste Release mit der TH Wilder gemacht und die folgenden Quartale eben auch jeweils Releases. Und wir planen jetzt zum Ende des Jahres mit der Deutschen Krebsforschungszentrum und mit dem ZIP noch einen Release zu machen. Genau. Was haben wir sozusagen, was würden wir anders machen, wenn wir jetzt noch mal starten würden mit dem Wissen? Ja, wir würden auf jeden Fall mehr Zeit einplanen für die Migration der Frontends. Und ja, vielleicht würden wir auch verzichten, darauf, im selben Schritt auf Kubernetes zu steigen, weil das hat uns echt viel Zeit gekostet. Das unterschätzt man leicht. Und genau, wie sieht der Ausblick aus? Wir steigen auch demnächst auf Wufine, also es ist geplant, auf Wufine 10.1 umzusteigen und das Design auf Bootstrap 5 zu migrieren, sowie auch eben eine Migration unserer Suchportale und unsere, unser Solar-Schema langsam in Richtung Wufines Standardschema zu gehen. Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin für Fragen offen. Auch vielleicht Erfahrungen zu Kubernetes-Files vorhanden, würde ich mich freuen. Vielen Dank.